Junge, wie kann man uns so playen, aber... Here we go! Blind ranken. Habt ihr Bock? Ja, ich hab sogar sehr viel Bock. Zwei Dinge, die dieses Land aktuell liebt. Deutsche Nationalmannschaft und Tierlist. Blindetier-List. Blind-List. Blind-List haben wir schon mal gemacht. Haben wir gemacht für Bundesliga-Stürmer des 21. Jahrhunderts. Heute machen wir das passend zum Länderspiel der deutschen Mannschaft. Wir ranken wieder zehn deutsche Nationalspieler seit 2006 blind. So ist es. So ist es. Das heißt, für alle, die die erste Folge sozusagen nicht gesehen haben, wir wissen überhaupt nicht, was kommt. Wir wissen nicht, welche Spieler kommen. Das heißt, es müssen nicht die Top-10-Spieler irgendwie aus der Zeit kommen. Das letzte Mal kann man ja direkt mal sagen, wo wir mit Franco Di Santo hinten raus noch ordentlich genatzt zum Beispiel. Ein bunter Strauß-Nationalspieler dürfte uns hier erwarten. Und unsere Aufgabe ist es, antizipierend und einschätzend auf eine möglichst beste Top-10 zu kommen, die die Spielerqualität realistisch abbildet, ohne zu wissen, wer alles dabei ist. Ich würde sagen, wir bewerten aber schon, wie gut die für Deutschland waren, richtig? Und nicht overall. Genau, genau, genau. Wie war der Impact für den DFB? Ihr meint die Marco Reus-Schere? Ja, sowas zum Beispiel. Oder andersrum gesehen, die André Schürde-Scherde. Stimmt. Oh ja, sehr gut. Also, big for Germany. Okay. Dann gehen wir mal rein. Wir gehen rein. Die Namen wurden vorbereitet von unserem Werkstudenten Lukas. Ja. Big Shoutout. Und du hast eine perfekt vorbereitete PDF-Datei vor dir, eine Präsentation. Es wird hier mit Präsentation gearbeitet. Spoilerschutz. Mit Spoilerschutz. Spoilerschutz. Ich glaube, Seite 7 geht's los, schätze ich. Drei. Wieder Spoilerschutz. Immer noch Spoilerschutz. Ganz viel Spoilerschutz eingebaut. Spoilerschutz. Auf Seite 7 kommt der erste Spieler. Und es ist direkt mal ein richtig großer Name. Wollt ihr nicht gucken, wie der durch 6 Slides mit Zeitlupus warnt? Ich finde den dünnsten Geduldsfarben der Welt, Alter. Das ist unglaublich. Ich habe jetzt den ersten Namen verpasst. Mario Götze. Mario Götze ist der erste Name. Und das finde ich sauschwierig. Das ist schon mal super schwierig. Weil, ehrlicherweise, hatte er im DFB-Dress den einen Moment. Ich könnte, guck mal, wenn ihr tippen müsst, ich habe gar keine Ahnung, wie Mario Götzes DFB-Shirt-Testing sind, hat Mario Götze mehr als 50 in der Spiele gemacht? Nein. Glaube ich nicht. Hätte ich auch Nein gesagt. Ich hätte gesagt, so um die 50 rum hätte ich ihn sortiert. Und ich hätte gesagt ... Hätte er mehr als 10 Tore gemacht. Finde ich schon schwierig zu sagen. Ich hätte gesagt, er hat vielleicht 20 Scorer beim DFB insgesamt. Aber weißt du, wahrscheinlich hat er 8 Tore und 9 Vorlagen gegen Samarino gemacht. So wie Lukas Bedeutz über jeder Gelegenheit. Mario Götze ist superschwierig zum Einsteigen, weil er hat halt ein WM-Siegtor gemacht. Genau. Und es gibt aber auch insgesamt ... Von welchem Zeitraum sprechen wir? Ab 2006. Da gibt es halt viele, die ich noch da drüber ranken würde. Deswegen muss ich mir da ein bisschen Platz lassen. Es können aber noch definitiv Schlechtere kommen. Ich mach mal. Deswegen gehe ich voraus. Ja, mach mal. Dann gehen wir so entlang, okay. Moment, wir müssen halt einloggen. Ja, ja, tipp mal ein. Oh, nee, ich fühl mich damit so schein ... Nee, ich muss korrigieren, ja. Okay. Ähm, ich habe ihn auf die 6 gesetzt. Relativ mittig. Bin ich in Ordnung. Wollte ich auch hin gerade. Ich war ... Ja, ja, ja. Komm, setz jetzt noch. Ja, ist ja okay. Ich wollte gerade noch von 5 auf 6 springen. Sorry, du hast schon eingehört. Passt, ich habe ihn auf der 5. Ja. Einfach auch. Ich war auch kurz auf der 5, aber ich bin mal so im Kopf durchgegangen. Es gibt ... Also, ich weiß nicht, ob die alle kommen. Wenn die alle kommen, habe ich mindestens 5, die davor gehen. Ja, genau. Das habe ich da. Ja, ich auch. Definitiv. Aber wir wissen halt nicht, ob die kommen. Das ist ... Deswegen, ich habe lieber oben ein bisschen Platz gelassen als unten. Wer ist der 2. Es ist gemein, auch wenn man so einen Spieler bekommt als erstes. Der 2. Name. Heiko Westermann. Ich glaube, ich bin einer von 3 Leuten in diesem Land, die tatsächlich an Heiko Westermann Deutschland-Trikot besitzen. Wirklich? Ja, ich habe eins. Ja, das ist doch was wert. Komm, damit mal ... Mit der Nummer 41? Nee, mit der 3, aus irgendeinem Grund. Das waren noch bessere Zeiten für ihn. Aber der Mann hatte eine Phase, bevor er zum HSV gegangen ist, und in der Nationalmannschaft, wo der echt gut war. Aber das war eine kurze Phase. Und es gibt nicht viele, die in dieser Zeit geringeren Impact hatten. Das einzige Turnier, bei dem er eine Relevanz gehabt haben könnte, war die EM 2008. Ja. Und hat er sie da? Nee. Der war auch noch Südafrika im Kader, würde ich mal behaupten. Ja? Ich glaube schon. Der war ... Also, ich gehe mal voraus gerne, wobei, ihr habt noch nicht gerankt. Also, es gibt halt hier immer noch die Möglichkeit, dass zum Beispiel ein Frank Fahrenhorst auftaucht oder so was. Ne? Die Option gibt es. Ich habe meinen gerankt und ... Also, bei dir auch? Bist du bei dir? Ich sage, ich bin auf die 9 gegangen, aus Angst, aus Angst, dass noch irgendeiner kommt, der dahinter gehört. Mein Bauch sagt mir eigentlich, muss 10. sein. Ich habe ihn auf die 10 gepackt, weil es niemanden mehr kommen könnte, wo ich sagen würde, oh, da tue ich Heiko Westermann massiv unrecht. Außer jemand mit einem Länderspiel. Genau, davon gibt es ja Dutzende. Wie viel soll Westermann gemacht haben? Doch, der hatte echt ein paar ... Ich schwöre, Westermann hat 20 plus. Ja, glaube ich auch. Heiko Westermann? Ja, glaube ich auch. Der hatte eine Zeit, da war der gesetzt. Crazy. Oder? Crazy. Also, ich glaube, ich würde sagen, ey, vielleicht ist es absoluter Scheiße. Wir gucken nachher nach. Ich habe auch auf der 9 genau aus dem gleichen Argument einfach, um noch einen drunter zu haben, aber am Ende muss ich wahrscheinlich irgendwie ... Keine Ahnung. Wir sind ähnlich bis jetzt. Spieler 3, LP10, Lukas Podolski. Lukas Podolski ist einer der erfolgreichsten Torstützen in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft. Lukas Podolski ist einer der erfolgreichsten Torstützen seit 2006, vollkommen klar. Da ist er wahrscheinlich sogar der Erfolgreichste mit großer Wahrscheinlichkeit. Ja, das kann gut sein. Mirro hat, glaube ich, nicht insgesamt Podolski mehr Tore als Klose? Oh, sehr schwer. Prägende Figur auf jeden Fall. Boah, hätte ich nicht gesagt. Poldi, mehr Länderspiel-Tore als Klose? Also ... Das finde ich krass. Overall? Was hat der Klose, 63? 62, irgendwie sowas? Mann, das ist ja gut, hier Statistiken zu haben. Ja, aber das ist ja der Gagende. Weil, wir wissen es nicht zu 100%, für mich ist Poldi eine der prägendsten Figuren in genau diesem Zeitraum. Vielleicht nicht der beste Fußballer von allen, von allen, die jetzt noch kommen könnten. Ich lasse mir auch noch ein bisschen Luft nach oben. Ich habe ihn eingetragen und ich bin eigentlich erst mal dran, das zuerst zu sagen. Bei mir sitzt er auch. Auf der 5 habe ich Podolski. Gut, da war es bei mir, guck mal hier, Mario Götze, das heißt, muss ich einen nach oben, 4 Lukas Podolski. Same. Sticht. Wir sind super ähnlich bisher. Wir sind sehr ähnlich bisher. Weiter geht's. Und jetzt kommt, und du hast ihn gerade eben schon einmal erwähnt gehabt, Marco Reus. Uh, die Marco Reus Schere. Unter Heiko Westermann. Jetzt läuft man Gefahr, weil wir alle sofort denken, wir denken ja alle sofort, auch Marco Reus war ja immer verletzt, alle Turniere verpasst. Wahrscheinlich, der wird wahrscheinlich super DFB-Statistiken haben. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht. Und ich glaube, das einzige Turnier, wo ich Erinnerungen an ihn habe, ist die EM 2012, wo er ein richtig gutes K.O.-Spiel gespielt hat gegen Griechenland. Trocknung. Und dann, Tor gemacht, glaube ich, und dann weichen musste gegen Italien für diese Idee Mann-Deckung Groß gegen Pirlo. Ja, ja, das war... Da war, glaube ich, Reus das Opfer in der Aufstellung. Okay. Oh Gott. Ich freue mich richtig, Statistiken mir anzugucken. Ich bin wieder als erstes dran, ne? Weil Marco Reus ist einer der talentiertesten deutschen Fußballer in diesem Zeitraum. Aber wenn wir auf DFB gehen, ist er für mich auf der Acht, weil er hat da in meinen Augen viel zu wenig gerissen. Sticht. Ich habe ihn auch auf der Acht, weil ich mir diesen Mini-Puffer lassen möchte. Den einen dazwischen? Ja, ich habe keinen mehr dazwischen. Ich habe halt gelernt, hoffe ich zumindest, aus dem letzten Mal, falls nochmal so ein Di Santo kommt, dass ich mir den kleinen Spot aufhebe. Ja, ja. Ich habe den Spot auf der, den Puffer auf der 10, aber ich habe Reus einen Platz nur über Westermann, was sich falsch anfühlt. Ich bin wieder nicht weit weg von euch. Es zieht sich so ein bisschen durch, dass ich alle einen Platz höher habe. Reus auf der 7 bei mir. Das könnte sich rechnen irgendwann. Also für einen von uns. Für einen wird sich's rechnen. Im Gegensatz zum letzten Mal haben wir noch keine große Diskrepanz gehabt, wo man, also letztes Mal wirklich dachte, ey, was machst du hier eigentlich? Philipp. Ah, Philipp. Philipp fucking Lahm, Alter. Jetzt ist er, wir können ja mit offenen Karten spielen. Es ist hier eine Frage zwischen 1, 2 und 3. Ja, da habe ich mir noch keine, keine Milliseekunde Gedanken zu bekommen. Es ist eine Frage zwischen 1 und 2. Nein, I don't know. I don't see it. Ja, wenn man, wenn man, du kannst doch nicht ignorieren, was Miro Klose gemacht hat, rein Scoring-Technik-Finanz-Nachmannschaft, sollte man aber wahrscheinlich nicht. Man kann drüber reden. Nee, Moment. Ich finde, da oben sind noch einige, die da alle mitspielen, aber ich weiß nicht, ob die kommen. Nee, für mich gibt's nur drei Namen für die ersten drei Plätze. Boah. Naja. Moment, 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 Moment. Entweder ich oder Niklas sind dran als erstes. Ich glaube, du. Okay. Wir haben uns ein bisschen wheels gemacht, aber du bist vor mir dran. Ja, ich habe gerankt. Ich bin bereit. In der Hoffnung, dass noch die Namen kommen, die ich mir wünsche, ist der auf der 2, Philipp Lahm. Lahm auf die 1. Auf die 2, weil ich hoffe, dass der eine Name noch kommt, der halt in dem ganzen Zeitraum fast gespielt hat. Ja. Ja, ja, ja. Vielleicht sehe ich irgendeinen Namen, aber für mich ist Lahm mit seinem Gesamt-Impact, der ja auch wirklich die glorreichen Zeiten zumindest überdauert hat, wirklich weit, weit vorne. Ich finde, es gibt hier zwei Namen, die da mit... Ja, das meine ich ja gerade mit 1 bis 3. Bastian Schweinsteiger. Oh. So, und da ist jetzt... Jetzt ist die große Frage. Jetzt ist die große Frage. Nee, ich bin eigentlich zufrieden. Noch sehe ich mein Problem nicht. Ich wüsste nicht, wo mein Problem sein sollte. Das Problem kommt ja erst dann noch. Das Problem kommt, wenn die zwei Namen, die mir noch fehlen, nicht kommen. Also ich habe... Mit dem, was ich jetzt gerade getan habe, werde ich, wenn... Wie viele kommen denn noch? Warte mal, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Wenn einer von den beiden noch... Wenn zwei von denen... Wenn die beiden noch kommen, an die ich denke, dann habe ich ein Problem. Wenn die beiden Namen, an die ich noch denke, noch kommen, habe ich ein Problem. Ja. Ich auch. Ich auch. Weil... Na ja, Niklas muss als erstes. Ich will dich nicht in Richtung lenken. Ja, 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 ja. Moment, Moment, Moment. Beide Namen noch kommen. Mhm. Same. Ich auch. Ich glaube, der Nico und ich haben noch die gleichen Namen im Kopf. Ja. Obwohl... Nee, oh scheiße, da ist noch einer. Oh, das wird vorne, das wird vorne nix. Das wird vorne nix. Schwein hier auf die zwei. Was? Krass. Das ist krass. Schwein hier auf die zwei. Und das kann natürlich, das kann am Ende gut sein. Ja. Aber ich habe vier... Wenn die nicht kommen, ist super. Hallo, 365 gute Spiele gemacht. Ich liebe Schweinsteiger, aber der gehört auf die drei und da ist er auch bei mir. Ich habe viel zu laut geschrien dafür, dass ich nur einen Platz drunter habe. Ich habe ja auch auf der drei. Okay. Aber trotzdem können wir noch ordentlich gebumst werden. Ja, aber der nächste Name kommt nicht ungelegen, der nächste Name lautet Joshua Kimmich. Generation Verlierer. Ja, ist wirklich so. Aktuell ist das noch das Branding. Das Branding ist drauf. Also das ist für mich ganz einfach, weil ich habe noch einen Platz frei, wo er für mich hingehört. Boah, es muss aber noch ein schlechter Name kommen. Ich habe die Zehn noch offen. Ich habe die Zehn noch offen. Bei mir ist jetzt... Bin ich? Ja, ja. Ich habe ihn an der Sieben, weil für mich hat er nicht den Impact im DFB-Dress wie Götze bisher natürlich, aber mehr als Reus. Deswegen... Sticht. Ja. Und bei mir dann bleibt dabei ein Platz anders. Auf der Acht ist er jetzt. Ja, ja. Also bisher ist noch okay. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Das kann nicht aufgehen. Da wird es schon zum ersten Mal dramatisch. Aber das ist gut. Mein Ranking passt. Michael Ballack. Ja, doch. Er Capitano. Doch, das passt für mich. Noch? Noch, aber ich glaube, es wird ganz hässlich gleich. Easy. Ja. Er füllt sich ja jetzt ein bisschen selbst ein. Bei mir sind noch die Eins, die Sechs und die Zehn auf. Was denkt ihr, wo ich ihn ranke? Eins, sechs, zehn. Ja. Sechs. Auf der Sechs. Finde ich für Ballack fast ein bisschen niedrig. Wobei, er hatte eigentlich nur zwei Sechs und zwei Acht. Ja, genau. 2008 hat er... Nein, 2000... Ah, stimmt. Ja, 2002 war seine beste WM. Aber die ist halt... Sein Magnum Opus fehlt quasi in diesem Ranking. Und er hat nichts gewonnen. Ja. Nee. Ich habe Ballack auf der Vier. Ich habe Ballack auf der Fünf. Ja. Vier, Fünf, Sechs. Aber hast du ihn vor Poldi? Ja. Das habe ich nicht. Das würde ich sogar beim Nicht-Blind-Ranking glaube ich anders machen. Ja, ich auch. Ich glaube, dass Ballack viel besser war als Podolski jemals. Ja, aber er hat... Aber Podolski war wichtiger für den DFB von 2060 bis 2060. In meinen Augen hat Michael Ballack eigenhändig fast diese Mannschaft in ein Turnierfinale getragen, nämlich 2008. Ja. Ja, kann man sagen. Wer soll das sonst gemacht haben bei dieser Mannschaft? Ja, aber also ich meine, Ballack hat was? Ein Turniertor gemacht gegen Österreich in der Gruppenphase. Freistoß. Und ein Mittelfeldspieler ist dann seinen Score zu bemessen, ist auch vielleicht ein bisschen viel verdammt. Aber gut, das hat er 2002 hat er als Scorer in der Turniermannschaft getragen. Aber wir müssen ja da auch die, wenn wir Sample-Size... Und wenn wir eine Mittelfeldspieler daran messen wollen, dann Ballack. Es ist halt ein Turnier und Podolski hat fast... Also hat einige davon geprägt. Aber ey, es ist ja gut, es ist alles in Ordnung noch, wir leben noch. Okay, okay, okay. Das ist der nächste Name. Wir leben noch, allerdings glaube ich gleich nicht mehr, weil mir fehlt... Jonas Hector. Och komm, Alter. Nee. Das ist gut für mich. Das ist gut für mich. Ja, ich packe den jetzt auch da. Er zwingt, also... Wenn er jetzt schon wieder das so gemacht hat, dass der letzte Name der größte Nasenbohrer der Geschichte ist... Das wäre gemein. Aber es fehlt da noch einer, ne? Es fehlt noch einer. Jonas Hector geht bei mir auf die 10. Same. Auf die 9. Und ich finde, da bin ich sehr, sehr happy mit, denn man muss... Also wenn man einen Platz dafür hat, dann muss man sagen, Hector über Westermann. Nicht im DFB-Dress. Naja, aber Hector hat einen sauwichtigen Elfmeter gemacht. Gegen Italien. Okay. Und ich glaube, ich würde auch sagen, Hector hat mehr Länderspieler als Westermann. Er war besser als Westermann. Ich würde auch bei Hector, glaube ich, ich glaube, Hector hat underrated knapp 40 Länderspieler. Aber das ist so ein... Aber das jetzt... Ich habe Westermann einen Platz vor Jonas Hector und das tut mir persönlich nicht unbedingt weh. Also ich hätte, wenn ich gekonnt hätte, sogar Hector noch vor Reus gepackt. Nee, das hätte ich nicht gemacht, glaube ich. Was hat Reus in Deutschland-Trikot? Ich finde nicht, dass Jonas Hector so unglaublich viel gemacht hat. Ja, das finde ich nämlich auch nicht. Also der beste... Also die Tage war krass. Der eine Moment, ja, stimmt. Okay, komm. Letzter Name. Jetzt brauchen wir einen Banger-Namen. Wenn da jetzt kein Banger-Name kommt... Thomas Müller. Ja. Junge, wie kann man uns so playen, aber... Nee, aber das ist keine Vollkatastrophe. Mein Ranking ist überragend. Meinst du, das ist auch okay? Das ist überragend. Aber... Ich bin so happy damit. Also die großen Namen, auf die wir beide gewartet haben, sind natürlich Manuel Neuer und Miroslav Klose, vollkommen klar. Aber Müller, finde ich, gehört mit in diese Top-4. Ja, ja, gehört da rein, aber jetzt gefällt mir halt die Top-3 nicht. Der Rest ist eigentlich on point, wie man es von mir kennt. Lahm müsste... Ist so. Wie man es von dir kennt in einem Video, das wir zum zweiten Mal machen. Das erste war perfekt. Und wo du der Gründer der Gyros-Bomber-Falle bist. Das weiß ich nicht, ob ich das sage. Das war noch nicht mal blind. Wie kannst du sagen, das erste war perfekt, wenn du die Santo in den Top-3 hattest? Nee, das war der Beste von uns. Mein Maßstab ist ja, Perfektion ist besser als ihr sein. Das ist meine Perfektion. Okay. Ja, dann überzeugt mich doch mal, warum Müller bei dir vor Lahm ist. Gehen wir durch. Nee, ich kann es nicht für argumentieren. Aber wir geben es... Wir zeigen es einmal auch, oder? Aber ich finde... Wir zeigen es einmal auch. Ich fette gerne mal zum Verständnis. Wenn du Lahm, Schweinsteiger, Müller ranken willst, nur diese drei, wie würdest du die ranken? Frei, wie du frei behältest. Lahm, Müller, Schweinsteiger. Same. Ja. Ja, doch. Und... Ja, Müller ist zweifacher WM-Tor, Rekord-Tor-Schütze. Eben. Torschützen kürzlich bei der WM. Glaube ich zumindest. Ich finde nämlich, also dafür, dass hier jetzt so ein großer Unterschied gemacht ist, ich finde, dass der Abstand zwischen Müller und Lahm nicht so riesig ist. Ich gebe euch jetzt die Statistiken von allen. Podolski, 130 Einsätze, die meisten. Thomas Müller, 127, die zweitmeisten. Bastian Schweinsteiger, 121. Dann kommt Philipp Lahm, 113. Michael Ballack, 98. Joshua Kimmich, 83. Götze, 66. Reus, 48. Hector, 43. Wessermann, 27. Nach Toren. Podolski auf der 1, Müller auf der 2, Ballack auf der 3, Schweinsteiger, Götze, Reus, Kimmich, Lahm, Wessermann, Hector. Ich fand es gerade vollkommen surreal zu hören, dass Joshua Kimmich über 80 dann das Spiel hat. Ja, der Spiel hat schon, der ist halt gesetzt, seit er da ist. Ja. Seit er laufen kann. Also, was ich jetzt habe, ist auf der 1 ist Thomas Müller. Dann habe ich einen Spieler mit den zweitmeisten Toren, meisten Vorlagen, zweitmeisten Einsätzen auf der 1. Das kann ich mir statistisch schön reden. Ich finde den Abstand nicht so, ich würde es auch andersrum ranken im Vakuum, aber ich bin mit Müller an der 1 jetzt nicht komplett unzufrieden. Und ich finde mein Ranking sehr gut. Lahm, Schweinsteiger, Müller, Ballack, Podolski, Götze, Kimmich, Reus, Hector, Wessermann. Ich finde meins ist 10 von 10. Ich habe es perfekt getroffen in meinen Augen. Ich finde meins ist 9 von 10. Lahm, Müller würde ich umdrehen. Danach bin ich sehr zufrieden. Mit Schweini, Poldi, Ballack, Götze, Kimmich, Reus, Wessermann, Hector. Ich bin auch tatsächlich zufrieden. Ich würde die 9, die 10 auf jeden Fall tauschen. Ich würde Ballack nicht vor Götze packen, aber vielleicht bin ich auch ein Hater. Lahm, Müller. Ich hatte dieses Shirt mit der 13. Ich finde nur einfach, 2006, für mich ist der zeitliche Rahmen, gibt es halt nicht her. Müller, Lahm, Schweinsteiger, Podolski, Götze, Ballack, Reus, Kimmich, der erste ein bisschen abhandengekommen, HW4 und dann Jonas Hector. Auf jeden Fall würde ich HW4 und Hector tauschen und Müller und Lahm. Da möchte ich aber kurz noch reingrätschen. Ja, der zeitliche Rahmen ist das Argument gegen Ballack, aber Ballack hat die Nationalmannschaft trotzdem auf Schultern getragen und Götze hat halt das eine Tor gemacht. Ja, das eine Tor, was halt zur Weltmeisterschaft geführt hat. Richtig, aber es ist das eine Tor als Joker. Eder hat auch das EM-Siegtor für Portugal gemacht und ich würde trotzdem sagen, es gibt einige, die wichtiger als Eder waren overall für Portugal. Guter Punkt, aber das war unser Blind Ranking, unsere Blindlist zum Thema die besten DFB-Spieler seit 2006. Wenn es euch gefallen hat, Themenvorschläge gerne in die Kommentare. wie ist das eine Tor zum Thema, was dann geht. Wenn es euch gefallen hat, bis zum Thema, wenn es euch gefallen hat. Wir versuchen,